Es war sehr schön, wir waren ein bisschen zu spät, tut uns leid, dass wir ein bisschen gebraucht haben. Wir waren vorher in Mannheim, davor in Darmstadt, davor in Frankfurt. Und insofern ist es immer dauert ein bisschen, bis wir hier sind. Zeiten ändern dich, mein Name ist Thorsten Koch von Konstantin Film. Wir sind sehr froh und sehr glücklich, dass wir mit ihm zusammenarbeiten konnten, weil er ist nicht nur ein toller Musikkünstler, Deutschlands bester Rapper sowieso, sondern er ist einfach Bushido! Ich möchte die hübschen Menschen hier in Karlsruhe sehen. Wir sind hier gerade, Thorsten und ich sind gerade auf unserer kleinen Kino-Tour. Wir haben heute schon drei Städte hinter uns, das bedeutet, ihr hier in Karlsruhe seid Stadt Nummer 4 heute Abend. Wir haben in Frankfurt gestartet, waren danach in Darmstadt, Mannheim und sind jetzt in Karlsruhe. Nein, 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 ich hab Karlsruhe, oder kannst du mit dem Pop so extrem, kannst du da einfach mal den Bass runternehmen oder so? Das wäre extrem, glaube ich, angenehm für die Ohren der Menschen hier. Ich weiß natürlich, dass wir in Karlsruhe sind, aber das letzte Mal, dass ich hier war, das war, glaube ich, ein Dulach. Ich kann mich erinnern, seitdem ich keine Drogen mehr nehme und keinen Alkohol mehr trinke, kann ich mich wieder erinnern. Das war das letzte Mal, ich habe kurz überlegt, aber es war Duna, ganz genau. Thorsten, wir haben ein bisschen Zeit. Ja, das ist der letzte Standort heute und da es immer dein Wunsch ist, dir Zeit zu nehmen für die Fans. Hat jemand Fragen an Bushido? Meine Damen und Herren, wir machen, hallo Mädels, wir machen das jetzt so, wenn ihr irgendeine Frage stellen möchtet, wäre es schön, wenn ihr einfach auf eurem Sitz sitzen bleibt, ihr hebt die Hand, Thorsten Koch möchte etwas für seine Figur tun, das bedeutet, er wird auch bis ganz nach oben kommen, ja, und dann, bitte, wenn ihr das Mikrofon bekommt, stellt euch vor mit Namen, sagt mir kurz, wie alt ihr seid, und jetzt, es gibt ungefähr zehn Fragen, aufgepasst, es gibt zehn Fragen, die wollen wir heute nicht hören, zum Beispiel, wie ist deine Handynummer, wie ist meine Handynummer, wie ist deine MSN-Adresse, wie ist meine MSN-Adresse, wie ist meine MSN-Adresse, hab ich meinen Schalverschenkel, meine Hose, meine Unterhose, und meine Schuhe, das sind alles Fragen, die kann ich hier und so natürlich nicht mit Ja beantworten, und fragt mich nicht, ob ihr ein Foto machen könnt, fragt mich bitte auch nicht, ob ihr jetzt ein Autogramm bekommt, ich würde mich freuen, wenn wir wirklich Fragen gestellt bekommen, über die wir wirklich auch reden können, die wir wirklich auch beantworten können, wenn, ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal hier in Karlsruhe bin, und, ähm, Mannheim, was ist denn die nächste Stadt, Tim? Tim, kannst du kurz mal aufstehen, Tim, bitte? Tim, 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 was ist denn die nächste Stadt hier, wo das Konzert, ist das Mannheim? Mannheim, 1.5. Also ich würde sagen, äh, wenn du, äh, für die besten beiden Fragen, machen wir je zweimal zwei Karten, oder? Von Mannheim? Ja? Von Mannheim? Ist das okay? Und, Tim, meine Frage an dich, warum treten wir nicht in Karlsruhe auf? Weil, Tim ist auch, äh, Tim ist mein Booker, Tim ist mein Tourmanager, und das bedeutet, ich gehe in die Stadt, in die Tim mir das sagt, warum sind wir nicht in Karlsruhe? Hey, Tim, warum was? Du hast gesagt, die Frau und Mannheim seien schöner, hast du gesagt. Was hab ich gesagt? Die Frau, die Männer und Mannheim seien schöner, hast du gesagt. Was hab ich gesagt? Die Frau, die Männer und Mannheim seien schöner, hast du gesagt. Aber stimmt, hast recht. Also der Sound ist letztens ein bisschen zu wünschen übrig hier, ne? Weiß nicht, ob das meins, ist meins auch so schön? Nö, das ist meins, also... Egal. Jo, jo. Hallo. Naja, das kratzt jetzt ein bisschen. Hallo, hallo. Naja, egal. Wäre super, wenn wir das vielleicht noch bis, äh, Ende noch auf die Reihe bekommen. Ja, wie gesagt, ihr könnt mir jetzt gerne, äh, Fragen stellen, fragt mich bitte, keine Wundenfragen, und, ähm, die beiden besten Fragen bekommen zweimal jeweils, äh, also einmal jemals, äh, zwei Karten für Mannheim am 1.5. Viel Spaß, scheucht Thorsten durch den Kinosaal. Hat jemand eine Frage? Ne! Wie ist unser Karte? Wie прир in die Nummer 5 von der Karte ist mir drin? Wie führtäter? Vielen Dank.